willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge eigentlich ja let's play cash of friends mit im torsen aber ich hoffe ihr seid im clickbait alle gefolgt der global ist zurück aber so richtig ist er nicht zurück also der global ist jetzt im spiel nicht zurück aber er ist doch irgendwo zurück ihr wisst es gibt den disco channel global community das ist ja das ist der ersatz für die community oder das global was vielen im spiel fehlt ich muss sagen mir fehlt der global nicht so wirklich denn es gibt ja diese global hier und dieser global spielte ein klankrieg das hätte es früher nicht gegeben dass also ich denke mal die organisation eines klankriegs im früheren global hätte es in der form so nicht gegeben und deswegen wollte ich das ganze noch ein bisschen per clickbait ein bisschen bewerben so dass ihr morgen abend in den live stream reinkommt also auf link ist immer in der beschreibung unten auf twitch tv schräger toto clasht und ja dort könnt ihr euch sehen ihr könnt die community sehen ihr könnt natürlich auch die mitglieder der gml sehen denn der global community spielt gegen die gml das ganze hatte ich ja schon angedeutet ist so ein bisschen um die partnerschaft so ein bisschen zu besiegeln und es ist ganz ganz freundschaftlich also ich denke mal das wird ein ganz ganz chilliges event ich freue mich auch unheimlich drauf aber ihr seht ihr jetzt ich habe so ein bisschen mein desktop heute mal geleakt ist auch eher unüblich aber ich liege nicht ich liege nicht ganz alles aber ihr seht ihr links den discord und ihr seht hier tut sich auch immer mal wieder was auch für mich denn hier ist auch vieles in der umstrukturierung und weniger channel mehr channel ihr seht ihr auch einige andere oder ihr kriegt ja auch infos über andere supercell spiele wie heyday clash royale blow stars und so weiter wenn ihr euch die rollen freischalten lasst ich habe hier auch so zwei drei kanäle ab und so poste ich da auch mal was ich muss mal sehen dass meine videos da immer gepostet werden aber jetzt eben um 20 uhr ist der kader endlich oder der feste kader eigentlich bekannt gegeben und es gibt ja auch einen kanal beziehungsweise doch ein channel der nennt sich kurier oder das ist ein bisschen klein mit steuerung plus und steuerung minus könnt ihr übrigens die schriften hier größer machen ich mache euch das mal ein bisschen größer und ihr seht hier global community also das ist seit gut einem monat in planung das brauchte auch so viel planung weil jeder einzelne der daran teilnimmt wurde natürlich geprüft ob er vor allen dingen das hier erfüllt hier nur accounts die nicht auf der gml banliste stehen dürfen teilnehmen ja das ist schon mal so ein bisschen für mich so ein bisschen für mich ganz gut und also 50er krieg gegen gml ich vertrete die gml an der stelle und ich streame das ganze für euch am donnerstag ab 21 uhr vielleicht bin ich ein bisschen eher da und dann machen wir so zwei drei stunden hier aus dem aus dem klaren krieg das ende wird dann der news glaube ich machen aus der sicht der gml am freitag weil der glaube ich am donnerstag nicht so nett kann ich habe das mal am donnerstag für mich frei gemacht denn irgendwo musste man ja termine finden und donnerstag ist nicht mein stream tag aber ausnahmen bestätigen die regel also oder oben steht streamer modus ist aktiv sei vorsichtig freund okay ich bin vorsichtig ich drücke jetzt nicht den knopf live gehen also es wird ein cw mit dips sein der erste angriff muss auf das gleiche rathaus erfolgen der zweite ist frei verfügbar anmeldung zack 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 also hier könnt ihr euch anmelden und ich finde das hat mir sehr sehr gut ich glaube das nehme ich auch für den livestream morgen freunde im leben rivalen im spiel 27 bis 28 2 21 uhr 50 gegen 50 ihr seht ihr das bd also breakdown 15 15 10 10 und unter diesen 10 10 bin ich nämlich auch also guckt ihr ruhig rein hier gibt es immer wieder was neues und auch discord meisterschaft haben wir schon gesehen es gibt hier diverse partnerschaften und wenn ihr jetzt links herunter scrollt dann 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 seht ihr auch es gibt neue erwähnung jetzt okay ich denke mal jetzt ist auch endgültig der kader hier preisgegeben also zumindest dieser kader hier den kader der gml konnte ich leider nicht einsehen hätte ich aber auch nicht verraten also es gibt so eine toto chat oder schreibt sogar jemand was auch nicht schlecht auch nicht schlecht gibt den rambo chat ich habe ja auch schon mal gesehen dass es ja auch ein mr mobile fred chat gibt aber der ist irgendwie weg vielleicht muss ich mir das dann doch noch mal freischalten lassen aber ich glaube jetzt hier in der sekunde wo ich jetzt gerade mache hier ist der kader und viel glück euch also hier ist der kader oder das ist aber mal das ist auch mal richtig klein aber ich glaube er ist auch als angepinnte nachricht hier mit drin jawohl er ist als angepinnte nachricht mit drin also rathaus 10 bis rathaus 13 spielen hier von unten angefangen und ich bin mit einem charakter dabei ich bin auf nummer 46 ich bin mit dem thorsten selber dabei also mit dem alex account rathaus 10 hier wurde dann auch geprüft sind die accounts max sind sie gebändt etc also sehr sehr schick seid auf jeden fall mit dabei in den live streams und ich weiß nicht ob es noch recaps geben wird aber ich werde sicherlich so zwei drei stunden dabei sein um das ganze für euch festzuhalten ich hoffe dass ich auch in den zwei drei stunden dann was sehe beziehungsweise ja mal sehen ob ich selber angreifen wollen wir schauen aber ich muss selber heute noch angreifen deswegen gibt es auch gleich einen netten übergang zu dem rathaus 10 live angriff hier und nochmals übrigens an euch ich schiebe das mal rüber hier dass mein browser danke dass ihr so zahlreich an der an der umfrage teilgenommen habt die umfrage hat im moment mehr stimmen als mein video von heute das gibt mir ein bisschen zu denken das heißt ich muss nur noch umfragen machen oder was also danke ich wollte es einfach mal so ein bisschen anders rauskitzeln was spielt ihr zurzeit am gernsten ich habe mich da ein bisschen vertippelt aber man kann das hier nicht ändern das seht ihr hier kann man nur löschen hier gibt es kein ändern mehr am text oder sowas das ist auch ein bisschen doof ich meine es sind so einfache sachen manchmal weiß ich auch nicht warum youtube die nicht einfügt und der community tab ist auch nur am pc oder am handy verfügbar für euch am mobilen tablet oder am ja doch an an tablets egal ob das letzten apple tablet ist oder android tablet gibt es das nicht das steht immer ist im kommen scheinbar hat der entwickler da ein jahr geschlafen oder so hat jetzt sein 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 ziel nicht erreicht weil das gibt es immer noch nicht da steht er schon seit über einem jahr ist demnächst verfügbar auch auf tablets ich weiß nicht was da los ist bei youtube aber ich finde schon ein bisschen arm dass es das so lange schon auf pcs und handys gibt aber auf tablets nicht ich meine das ist ein einfacher tab und dass man hier nicht noch mal bearbeiten kann weil man hier einen tippfehler drin hat ist auch ein bisschen doof und ich kann es auch gar nicht auslösen ich müsste es dann schon löschen ja ich müsste das ganze dann dann schon löschen damit dann keiner in einem jahr noch daran teilnimmt also ihr spielt ratos 11 am gernsten okay da kann ich im moment nicht mit mit dienen aber ich kann euch mit einem live angst aus ratos 10 lehnen ich hoffe das entschädigt die folge von heute also let's go ok freunde wir sind live im ck ich habe es euch versprochen ratos 10 action live action sogar und ich weiß noch nicht ob ich morgen abend dies format hier nehme könnt ihr mich vielleicht mal in die kommentare schreiben oder ob ich in 16 zu 9 format nehme wo ich eigentlich unten links immer mit der kamera sitze oder von euch aus gesehen unten rechts sitze schreibt das ruhig mal rein ich komme ich meine ich kann das hier jetzt mit mittlerweile super an dem mobile device machen und da kriege auch einen ganzen ganzen ck mit hin oder ganze ganzen abend live gestreamt das ist wohl kein problem was ist aber was aber ein problem ist ist diese basic hier machen muss und ich muss halt mit diesem account hier ein bisschen üben noch denn mit dem bin ich bei der global community dabei ich bin bei euch und ich vertrete euch nein ich vertrete euch nicht aber ich bin ja auch nur ein ganz normaler spieler und als das ganze publik wurde am 26 ersten habe ich natürlich gedacht du kannst du mitmachen bis zum mexzena und ich bin ja auch nur ein ganz normaler spieler und einer von euch und deswegen hatte ich gedacht ja oder machst dann nimmst einfach mal teil an so vielen sachen nämlich nicht teil weil es dann immer aufnehmen oder streame ist auch ein bisschen doof deswegen hier bin ich dabei und hier mache ich jetzt ein live angriff das wird live das weiß ich denn diese bs mag ich nicht er diese bis mag ich nicht die habe ich schon mal verrissen diese base die habe schon mal verrissen vor allen dingen obwohl das ist auch das sind single target schreitzer das ist schon mal verrissen den habe ich schon mal diese base habe ich schon mal verrissen das weiß ich ich muss mal sehen vielleicht gehe ich jetzt auch mal ein bisschen anders vor aber mal mal schauen wir gehen wir gehen in jedem fall mal rein ich muss hier zwei luftabwehren schaffen ich habe so ein bisschen zum ziel diese beiden hier zu packen also die und die und die klanburg irgendwie zu locken müssen mal sehen wie wir das hinkriegen ich weiß es ich schwöre ich weiß es noch nicht genau er geht nach da da reicht mir ein magier dann können wir hier oben starten ich gehe mal rein ich habe alles beisammen ich habe noch nicht alles beisammen unbedingt prüfen das müsst ihr unbedingt prüfen wenn ihr irgendwann mal live geht nicht dass es euch so geht wie mir aber mal aber mal schauen ich bin ich bin jetzt sowieso gerade so ein bisschen richtig in rage mal mal sehen wie wir die hinkriegen wir gucken weil wir kommen einfach mal rein wir gucken einfach mal ein pass 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 helden habe ich passt okay heute wurden noch 40er helden gesucht bzw es gab wohl einige die hatten noch kein 40er helden und bauhütte haben wir schon mal einen halben prozent okay ich gehe hier mit meiner queen rein und die kriegt ein paar heiler am start und das lager muss weg hier das lager da vielleicht auch ja das sieht noch ganz gut aus wir gehen hier unten mit unseren king rein hier nehmen wir ihn hier und ich habe ein paar mauer breaker dabei mal sehen ob die durchgehen aber die queen geht jetzt schon mal etwas besser als letztes mal die kriege geht schon mal bisschen besser als letztes mal so ich darf mein king nicht vergessen damit habe ich dann auch gezündet und mal sehen wo meine ersten mauer breaker hingehen ok die gehen nach da das ist sehr schick perfekt perfekte mauer brecher die sehen schon mal sehr sehr gut aus und die clan book ist jetzt glaube ich auch hin ja wohl das ist super dass die klar book dahin ist aber oder schießt aber jetzt auch schon da schießt auch schon der die luftabwehr auf mich okay ist aber noch nicht so ist noch nicht so schlimm wir müssen die queen irgendwie schaffen aber die kommt mir jetzt gerade nicht entgegen wir müssen die queen schaffen die kommt mir aber gerade nicht entgegen vielleicht kommt sie mir jetzt gleich entgegen gucken wir mal ich muss allerdings meine queen zünden und jetzt muss ich meinen meinen luftpart leider schon starten hier von von der seite aus so einmal da einmal da einmal ein paar von da und die queen hier auch nein die gegnerische queen ist ist wieder nicht gestorben ich habe ich letztes mal schon nicht gekriegt und ich muss jetzt gerade so ein bisschen gegen den fäger ich kann hier noch irgendwie so ein gift setzen auf die gegnerische queen in der hoffnung dass das so ein paar von meinen minions machen dort und der geht jetzt schon auf wieder gegen den fäger ich schaffe es wieder nicht diese base hier liegt mir einfach nicht also wenn wenn ihr die im mck habt nehmt ihr ruhig ich werde sie nicht machen weil ich sie nicht schaffe weil ich sie mal wieder nicht schaffe tolle wurst sehr ärgerlich sehr sehr ärgerlich weil ich da die queen ich packe und habe jetzt auch keine minions mehr meine lohn sind allerdings jetzt schon mal ein bisschen besser geflogen als letztes mal aber ich wusste dass das ein einsteiner wird denn die base liegt mir nicht ich bin letztes mal über die flanke hier gekommen allerdings stand da auch ein multi inferno ach ja was willst du machen hat keiner gesehen hat keiner gesehen mein einsterner und wieder nicht bis zur queen gekommen das war sehr ärgerlich hätte vielleicht alle mauerbrecher einfach rein reinschicken sollen dass die zwei mauerteile aufmachen und ich den sprung etwas später setzte aber ist nicht so schlimm wir haben noch genug angriff übrig und dann werden es noch mal ein paar prozente ich kann es trotzdem abbrechen ich bin so ein bisschen wo mich muss ich sagen also nicht weil ich jetzt den angriff so verbockt habe oder so ich das deswegen bin ich nicht wo mich werden diese bases hier zu machen ich bin so ein bisschen vor mich dass mich eben die eins gemacht hat alter ein rathaus 13 weil die lauchs hier vom gegner die rathaus 10er hier unten ihr seht das 8 und 9 einfach mal nichts gemacht haben oder sie können nichts weil auch schon okay der unteren waren neuner aber darüber der konnte auch schon nichts der hat mich auch nur auf zwei sterne gebracht das ist hier ein dip fest für den für den gegner aber ich bin zuversichtlich dass das ding hier noch nach hause schaukeln denn der gegner hat jetzt schon mal die 1 vor ballert der 2 hat noch einen angriff und der firma noch einen angriff und bei uns gibt es allerdings noch etwas zu tun da oben mal sehen ich sehe das ganze zuversichtlich wir haben gute angreifer oben in dem bereich mit mit robin mit also mit robs hier mit mit herr stranski und auch mit chris obwohl chris hatte noch angriff chris hat kein angriff mehr aber home button hat noch aber hat auch noch also ich krieg da auch noch irgendwo zwei sterne raus gekitzelt vielleicht beim 1er dass unsere 13 noch mal noch mal hier drauf gehen können ich sag ich sag mal so da und da und wenn ich hier jeweils zwei hole dann haben wir gewonnen so einfach ist das so einfach ist das der gegner wird glaube ich nicht mehr ganz so viel bei uns holen die haben sich jetzt echt bemüht ein stern werden sie schaffen haben sie echt bemüht bei uns die 10er zu schaffen ich hoffe das wird bei der global community etwas anders und wir sehen uns in jedem fall am donnerstag im live stream auf twitch tv wenn es da heißt global community gegen die gml im klaren krieg 50 gegen 50 vielen dank fürs zuschauen bis dahin euer tuto clasht